Musik 2025 wird es 150 Jahre her sein, dass sich Biersfelde vermutlich abgetrennt hat und eine eigenständige Gemeinde geworden ist. Die Planung der entsprechenden Feierlichkeiten anlässlich vor 150 Jahren Biersfelde wird in diesen Tagen lanciert und gesucht sind jetzt unter anderem Leute für ein spezielles Organisationskomitee. Wir werden eigentlich die bestehenden Anlässe, die die Gemeinde eh organisiert, zum Teil auch mit Vereinssämen, unter dem Motto 150 Jahre Biersfelder stellen. Und wir werden in der Woche vor dem Bündelitag im Juni ein grosses Dorffest organisieren. Wir brauchen ein Organisationskomitee, wir brauchen freiwillige Leute, Männer und Frauen, die bereit sind, sich in dieser ganzen Organisation einzugeben und mitzuschaffen, damit wir wirklich ein tolles Dorffest auf die Beine stellen können.